so meine neuen schuhe morgen halb sieben und der vino und der hosi gehen schnell aufs feld spazieren und ich teste da gerade meine neuen schuhe ja er wartet da auf mich er will spazieren gehen was wie jeden morgen natürlich heute morgen minus drei grad wir sind eine halbe stunde marschiert meine neuen schuhe sind warm und es läuft sich gut darin die werde ich behalten die werde ich nicht mehr rücksenden liebe engelbert strauss die nehme ich liebe gute freunde und was läuft da weiter beim bauer hause heute freitagnachmittag oder wir waren schon den ganzen tag damit beschäftigt wir haben heute nachmittag ein weihnachtsessen firmen weihnachtsessen und es gibt raclette ich zeige euch dann gerade wie das funktioniert mit den raclette öffeli das sind vier röscherkerzen drin und dann schmeisst du da die kachel obendrauf und schmilzt den käse selbst ansch Mountschirmwaren und der karl ist dann keinen vom das B acid dann dann vielleicht dann dann 10 nach 5, der grosse Rönne ist durch. Die Gäste gehen langsam nach Hause. 10 nach 6, die Gäste sind gegangen, die Kärzen werden gelöscht und sind auch fast ganz runter gebrannt. Die Gäste gehen langsam nach Hause, die Kärzen werden gelöscht. Die Gäste gehen langsam nach Hause, die Kärzen werden gelöscht.